So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass der eine oder andere wieder mit eingeschaltet hat. Nick, der allererste heute. So, erste Runde wieder Building heute. Meine Spezialdisziplin Building. Man kann da über alles. Ja, mehr bauen, weiß nicht. Hoch über den Wolken. Mann, Henae. Tschüss. Schnatterinchen, hallo, guten Abend. Du schnatterst ja schon wieder wie ein Schnatterinchen, na? Ja, ja, ja. Also, 64, 64, 64. Heidi, hi. Dieses Carey Mode auf mich drauf. Ein was? Achso, der kehrt sich weg. Carey Mode, ja. Okay, wer war das? Der Marshmallow hier. Okay, der kommt auf den Grill heute. Was hüpft denn er, das Wochenende eigentlich? Der Schmidt auch ein bisschen, war das Wochenende. Ist das ein Wochenende hier, ey? Ja. Ich brauch meine Pumke an. Ja. Das ist alles Müll. So. Der Freund schon noch Wochenende. Schnatterinchen, was ist mit dir los? Nix. Party! Gummibären-Party. Was da brauchen wir? Gummibären-Party, oder was? K.E.L. hatte ich keinen. Die Gummibären-Party am Wochenende. Wer kennt sie nicht, ne? Gummibären-Party. Soll ich dich hinbringen und heute Abend wieder abholen? Ja. Ja. Anschein? Ich bring mich dahin, wo die Party ist, du sagst mir Bescheid. Dann... Ach, hier ist eine Party. Hier ist auch eine Party, okay. Weg mit ihnen! Schnatterinchen macht alles alleine. Guten Abend! Ich bin auch mal willkommen bei der Party, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ach, die Party. Die Gummibären-Party wieder. Ich überlege... Komm, die holen wir uns! Bis nochmal, Craig. Fünf! Down, hab ich! Let's go! Ah, siehste! Schnatterinchen! Geh doch! Wieso immer Schnatterinchen? Quack, 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 quack! Schönen Abend und grüß Mutti. Ja. Impact schauen fleißig und abonnieren. Ja. Peace. Bis bald, Gummibärchen-Party. Hier gibt's ne Party. Komm mal weg bitte. Hier kommt welcher! Was hat man die denn schon wieder? Wieso ist mein Auto? Ja, der hackt wieder, der freakt, alter. hat sie, der ich getriffst war nicht, du Affe. Nee, es macht keinen Spaß. Der hat One-Shot. Das ist richtig nicht. Am besten, also es wäre richtig cool, wenn die mal gebannt werden, aber nein. Nein. Ich war wieder die Leiche, haben sie. Meine Fresse. Ah, ist richtig. Der trifft nicht mal. Oh Mann. Ich krieg laufen die ganzen, von beiden kriegt laufen die ganzen Hits ab bloß. Hast du überhaupt Schaden genommen die ganze Zeit? Nee. Ich? Doch. Ja, der schießt, beide schießen mit dem Müll auf mich die ganze Zeit bloß. Sehr gut, Junia. Ja, gut. Ähm, antworten kannst, du antwortest ja auch nicht zurück, wa? Hä, hast du was gemickt? Äh, geschickt? Fängt das schon wieder, fängt das schon wieder gut an, muss ich dir sagen. Hast du was geschickt? Gibt es nicht. Okay. Ja, zehn runterzählen, wenn er möchte. Zehn. Neun. Acht. Ja. Sieben. Sechs. Sieben, nein, zu spät. Fünf, genau, Henna ist am Drücker. Vier. Drei. Zwo. Ei. Eins. Platzverweis. Ups. Ich weiß nicht, aus welchen Disney-Film du dir geklaut hast, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Disney-Film. Ich weiß nicht, ich habe hier einen Auftrag, wir könnten mal vielleicht nochmal... Mach mal den Saft. Mach mal den Saft. Oh, mein, der dauert drei Stunden, ey. Ich komm nicht weg. Hab ihn. Wo ist der? Luke, rede mal mit mir. Die sind dahin auf dem Berg. Komm. Komm, 66. 66, komm. Jetzt kassiert. Luke, wo bist du? Hier, neben dir. 34 auf den Linken. Fracked. Der rechte ist am Baum. Einer ist weg von denen, die Banane. 24. Ja, ich schieße muss neben dem Baum, also noch genauer kannst du auch nicht treffen. Und Crack, down. 129. Komm her, das ist ein Gummibärensaft. Hau mal Gummibärensaft rein. Ist das die letzte? Die letzte, ja. Hau mal rein. Wo ist der? Komm, jetzt rauf. Hau mal rein. Habe ich. Let's go! Im Feld. Jawoll. Erste Runde. Sehr gut. Ja, einer ist sehr, sehr hoch. 20. 20. 20, 40, 80. Down. 20. Ja, beim Stein sind fähig, ne? Ja, ja, da schieße ich gerade ganz weit drauf. Down. Der nächste. Einer ist sehr, sehr hoch. Von hinten kommen welche an? Habe ich. 40 auf den linken oben. 50, 90, 110. Habe ich. Habe ich auch. Die krabbeln wie Ameisen über dem Boden hier, ne? Guck mal hier. Ja, 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 ja. Na gut. 150. Einer weg. Der hat dieses Ivan Manschild oder was denn da ist. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Aua. Aua. Den einen habe ich. Ja, so sieht's aus. Ne, der war ja schon low gewesen gerade. Ich habe ja gerade schon mit ihm beschäftigt die ganze Zeit. Aber gut. Ich musste aber kurz mal wegrutschen. Sehr gut. Ja, ja. Alles was meine hat. So habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe ihn extra geholt. Dafür. Ja. Ja. Also ich habe doch gleich gewonnen, Kollege. Du bist gleich down. Ja, du bist gleich down. Aber was wartest du überhaupt? Der guckt. Also die Schote guckt mich an. Ja. Möchte gerne in Veit reingehen. Obwohl ich gerade noch einen Biggie entzogen habe. Und geht einfach auf mich rauf. Also der ist ja frech der Kleider. Ich gehöre ich. Ja, Moment. Verständlich. Hast du den auf der Hand geschrieben oder wie? Auf Hand geschrieben. Auf Kontrolle geschrieben. Auf Händler geschrieben. Auf Händler geschrieben. Überall rein. Na ja, guck mal. Wenn du überlegst, was Impact übersetzt heißt, dann ist natürlich klar, ne? Welche Sprache übersetzt? Na, Impact ist ein englisches Wort. Das erzählt gerade nicht. Hat nicht gefragt, oder? Ne, das hat er auch nicht gehört. Hast du auch nicht gehört? Jo, das meintest du gerade nicht ernst willst, den wir in welche Sprache übersetzen, oder? Ne, ne. Auf Händler. Ich hab ein Latein. Wie war das? Joi, äh, Kaliente? Kaliente? Ich glaube, den Titel müssen wir langsam abnehmen, ne? Nö, den Karol-Verhält, der will super für ihn. Na, ich will nicht zum NPC werden. Bitte nicht. Na, mit NPC hat das jetzt nichts zu tun. Ähm. Aber ich will ja nicht den Kimram. Na, den kriegt keiner von euch. Achtung. Ja, ich hab meinen Freund mal um die Ecke gebracht. Hab ich. LVP. Okay. 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 Joe kann's gerne mitmachen, weil er steht die ganze Zeit da rum, der ist voll, bis zum geht nicht mehr. Ich hab den Medkit rüber geworfen. Oh ja, vielen Dank. Gerne. Gut, danke für deine Unterstützung. Gerne. Ähm, ich würde gerne eins wieder zuschmeißen. Kannst du's bitte mal mitnehmen im Kofferraum oder so? Mach mal einen Kofferraum rein, bitte. Ja. Danke. Fang ich rein. Sag. 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 Fahr erstmal bitte. Die tut dann da mit mir irgendwas machen, hat die gesagt. Na, ist doch nicht schlimm. Einfach sich hinlegen, sich hinlegen und machen lassen. Und ich weiß nicht, wie alt bist du aktuell? Das ist dann auch ein Problem. Oder willst du bei dir Netflix spielen? Das weiß ich doch jetzt nicht. Möchte sie vielleicht an dir Netflix spielen? Nee, bei F11. Oh, oh, da wird schwierig. F11. Und wie alt ist das Mädchen? Nur als Frage. Ich komm zu 10. Ich mach für'n Freund. 16. Hinter uns? Hab einen. Ach, der ein Megalodon. Guck mal, hier haben wir gleich'n Hinweis. Keep Doomstart clean. Naja, was soll das? Oh, oh. Was kommt denn mit den Dingern? Komm. Von den Dingern muss man sich in Acht nehmen, ja. Tschüss. Spiel, Satz und Sieg. Aber, äh, vielleicht war's ja auch gut, dass du nicht dabei warst. Keine Ahnung, vielleicht wolltest du ja auch keinen Sieg haben. Weiß ich nicht. Ja, mein Switch hat ein bisschen Auge gemacht. Mal wieder? Erste Runde kann man machen, ganz ehrlich. Gute erste Runde. Dankeschön. Ja, ja. Steck mal aus. Ja, jetzt komm mal her. Ah, siehste. Geil, oder? Nicht mal geschafft, ne? Dass die Bots nicht so derbe nerven in einer Runde. Ah. Der kommt? Der kommt jetzt. Doch nicht. Guck doch mal, wo ich bin! Ich bin oben in der Luft gewesen! Guck ich mir mal eine Wiederholung kurz an. Sorry. Dass man oben in der Luft schon ist und du wirst unten gehittet. Wer stellt sich denn aus Langeweile genau vor einen Gegner? Guck mal, ist der für Hits kassiert. Und der steht immer noch. Ja, sag ich doch, dass ich oben in der Luft schon wieder war. Sag ich doch! Helf mir mal bitte! Helf mir mal! Helf mir mal! Mann, ihr habt doch schon wieder rechts geschossen! Er schießt wieder rechts neben mir und trifft mich. Das könnt ihr im Stream sehen gleich. Passt mal auf. Gleich. Ja, hat man gesehen. Das siehst du mit bloßen Augen, ne? Ich bin schon längst weg. Ja. Das ist das, was mich mal aufregt. Ich bin schon längst weg. Oh, wieder nur Müllwaffen hier. Warum hat der nur pinke Autos? Lass mich bitte mal fahren, Keks. Okay. Okay. Ich habe ihn weg. Warum hat der nur pinke Autos? Frag ihn doch! Warum hat der nur pinke Autos? Nur? Weil ich die Farbe gerne mache. Okay. Ich glaube, der hat sie hier anstecken lassen. Von Henner. Ja. Ich weiß nicht. Okay. Und weil meine Tante gesagt hat, ich soll die Autos pink färben. Deine Tante? Ja. Wie alt ist deine Tante? 36. 36. Kannst du gerne bei mir Impact Games melden? Ja, kann ich immer sagen. Hab einen. Hab auch einen. Und der andere, der macht... Kuckuck. Der macht Kuckuck. Der macht Kuckuck. Der macht Kuckuck. Sie haben wieder nur Müllwaffen hier, ne? Wie? Das ist wichtig. Komm mal kleiner. Aliente. Aliente. Ich hab noch durchgelootet. Okay. Okay. Was wärst du eigentlich? Was ist eigentlich für ein Modell Impact? SUV? Was für ein Modell? Welche Marke? Der E... Na, der Impact. Der Impact? Modell Impact. Der Impact 82. Der kommt aus... Na, ich weiß nicht. Aus Impact 1000. Ich sag lieber keine Stadt oder irgendwas anderes. Nee, mach ich lieber nicht. Impact 1000. Na ja. Wir sind ja nicht bei den... Bei den Ducktales oder so. So. Okay. So. FBI. Open up. Wir haben das Haus gut gestürmt. Wie der Kopf gerade... Wie der Kopf gerade in der Tür gehangen hat. Das sah aus. Hey. Das sah aus. Wir haben ja wieder viel AP. Und jetzt ist das recht. Ein Kräcker, ein Kräcker. Da, ein Kräcker. Ja, der ist von... Wie kann der einen Kräger wieder?! Ja, der ist von... Wie kann der einen Kräger wieder?! Jaaa, wohl. ist jemand von euch ein transgender du hörst dich aber so an der kam persönlich naja wenn du so doof fragst naja ich wollte gerade fragen mit mir redet impact aber ja mit kim was der internet ausfälle internet aus ist sie raus gerne sie leckt gerne sie leckt gerne sie leckt gerne so ne ne sorry ich hab ein bisschen geleckt dein freund hast du schon mal ein freund gehabt eigentlich oder warum war konnte du konnte ich glaube du konzentrierst dich auf deine karriere naja er kann doch viel lernen von ihr auf jeden fall was denn meine menge eine menge kann man von dir noch lernen auf jeden fall was denn er ist doch froh ja ach nee hallo guten amt das mal ausgucken wir sollen ausgucken jetzt kassiert sehr gut sehr gut da einer bloß noch einer in der kuppel in der kuppel in der kuppel in der kuppel ist er markiert in der kuppel was muss ich wieder abbrechen hier ist ja über uns über über ein baum ist der drauf auf dem baum ja kann gut sein der ist unsichtbar der 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 ja 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 let's go so ok ich muss ich habe ich habe kuschelmusik angemacht schmatz mal noch ein bisschen lauter hier rein ich esse nicht mal 61 auf den roten und die laufen aber wirklich 199 man 199 hier ist er ich komme ich sehe nix ich sehe nix ich komme mit deinem auto im pack ab 1 passt ja und das war unten gucken die anderen die unten sind da war doch noch einer gewesen da sei der rechte oder 31 131 hast du n ja gut 11 ich komme mit ich gehe von rechts habe ich habe ich gut los leg mal leg mal leg mal die gleise genau leg mal die gleise so gleich jetzt jetzt runter da ist die so warte mal kurz dann müssen wir dann müssen wir schaffen mach bau einfach fahr einfach ganz normal du kannst ganz normal schnell die cat fahren und ein bisschen höher ne da sind rechts auf der straße warte 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 kannst du gerade warte warte schade warte 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 hab ich jungen halt die stelle die sich bewegen hier ist das ist das ein bot oder kein bot kein bot ich kann das naja ein schusslos also die haben hinten gescannt die haben hinten gescannt achtung warte dreißig nochmal null au noch einmal null ich hab so glück gehabt nur eingestiegen oder kerstin mhm warte ups hier hab ich dir am voran geworfen ich hoffe es ist nicht so schlimm doch ich bin schild dicker sorry hab ihn fast auf jeden fall ja ich bin gut ne ähm da ist der schild komm dann stehen komm dann stehen ist sie ist sie einfach zu doof um zu antworten oder was oder ist sie wieder raus gegangen Larissa schießt auf den Po bei ihm hab das gesehen schießt im Po rein gibts doch gar nicht schießt immer so trotzdem mach ich sie dafür schon wieder im Po reingeschossen ei 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 ich bin dafür bekannt sehr viele Kekse in den Mund zu nehmen ok ne Larissa haben wir am Faschen gesehen wie viele Kekse ich weggenommen hab der eine nimmt Kekse im Mund der andere nimmt was anderes im Mund also so der Tisch ist schon gedeckt für zwei Kaffee ist auch schon drin habt ihr das schon mal gesehen ja du kannst meine Streams nächste Woche nicht gucken na ist doch nicht so schlimm dann macht ihr einfach mal einen Stream-Abend bei der Klassenfahrt und dann ähm ja dann gibt's einfach mal Impact würde ich sagen den ganzen Impact all night long aber ich glaube das war glaube ich ein anderes Sprichwort ne für was anderes wo Larissa mit Metallwand ein ne ich würd ne wenn dann würde ich uns beide einbauen aber nicht nur Larissa was ist hab einen sehr schön also Kekse spielt weiterhin auch nur für sich alleine das mag das überhaupt nicht 50 cracked von meiner gewesen danke wir wollen Larissa nochmal holen Larissa hat's verdient zu leben natürlich fahr doch mal endlich Junge brauchst du das Wörter hin? kommt auf an wenn du jetzt ein bisschen zusammenspielst ja natürlich aber ich spiel jeden Tag naja du rennst trotzdem weiterhin immer nur guck mal guck mal jetzt bist du drauf gegangen wieder und? ist nicht gut guck mal hab ich ähm von klar also von Felix ist der Kontroller der ja dann schmeiß man jetzt raus dann schmeiß man jetzt raus okay okay das mal den nächsten mitspielen ja okay und bring und bring bitte Larissa wieder mit jo mach ich die macht Laune schönen Abend ja okay ich glaub vier oder schon ich hab's auch Larissa du hast Einladung verschickt was war los? ähm ich kann nicht mehr schießen ich war in den Live drin und fand das toll süß was du gesagt hast was denn was denn? ähm was was ach so was ich zum Schluss gesagt habe ja wir sind aber immer noch im Live live oh ich kann's okay das wolltest du bloß ähm jetzt sagen oder wie ja okay freut mich genau 않아요 die willst dass imwalk immer noch da ist anders wie live grepp gell oh ja mit dem impact kannst du mir helfen Na, Aaron, wie geht's dir? Hat Aaron Kampf? Och, Digga! Was ist los, du scheiße? Hör, hier! Hier, in your face, man! Du scheiße, oder doch nicht? Ja, ich sterbe im Pick, ne? Hab ich. Ja. Sehr gut. Wer ist das? Schnatrinchen, guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Sehr gut, guten Abend. Du weißt doch noch, als ich den Ohrwurm von Sherry Sherry Lady hatte, ne? Nee, Alter. Weißt du, wovon ich jetzt einen Ohrwurm habe? Nee. Nein, wollen wir nicht wissen. Daddy, 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 oder was? Nee. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch sagt noch Grinch? Auf jeden Fall werden wir gewinnen, ja, wir werden gewinnen. Ja, jetzt hast du aber selber den Pokal bekommen, was ist das für ein Quatsch jetzt? Nein, da haben unsere Namen draufgeschehen und ich hab dem Pokal entgegengenommen. Ja, ich hab den Solo gemacht, ne? Hast du gar nicht? Kannst du gar nicht? Kannst du gar nicht? Doch, ich hab den 137er gegeben. Ich bin keine D-Klasse. Komm mal zu euch. Sei jetzt ruhig und stirb endlich. Frisst du oder stirb? Es reicht mir aber jetzt hier. Soll ich mal meinen Lebensstatus sagen? Ähm, jung und frech oder wie? Jung und sauce. Was? Der ist auch low. Naja, es ist zu weit. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir in Silo-Bild sind. Ich auch. Ich tritt immer die ganze Zeit auf die Schiefkost. Hab ich? Kann ich aber ein bisschen erklären, ne? So einfach geht's nicht. Ja. Okay, Impact. Können wir jetzt eine Runde Impact spielen? Äh, äh. Ja, genau, das hast du davor schon gesagt. Ich weiß nicht, wie es aussieht bei dir, das Spiel. Keine Ahnung. Ähm, warte, Impact ist doch Englisch, ne? Mhm. Warte, ist das dein echter Name auf Deutsch? Mhm, nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, die Auswirkung. Die Wirkung und der Aufprall steht da. Stimmt das? Oder der. Oder der. Die esse ich gleich noch. Oder. Krall. Oder der. Weiß ich nicht. Einschlag. Achso. Hä? Na, Impact heißt der Einschlag. Das steht da nicht. Impact heißt Einschlag. Hä? Also heißt Impact was mit E am Anfang. Nein. Was, was, was ist das jetzt für ein. Was ist? Auswirkungs, Auswirkungsgamer. Nein. Heißt du was mit A am Anfang. Hör bitte jetzt auf. Es reicht. Gell. Shut your mouse, bitte. Heißt du was wie Svenna? Also mit C, äh, mit S am Anfang. Ich bin Svenner. Nein. Ich bin Svenner. Mit S am Anfang. Mit was? Mit S. Wie Svenner. Ich bin Svenner. Boah, du bist Insel-Wenn-Spaß Ich bin Insel-Wennner? Ey, sag mal, bist du jetzt völlig verrückt oder was? Shit, habt ihr das gehört? Oh, es ist eine Kuwi-Bear-Party mit fünf Leuten Ich kann das nicht mehr, ey, heute Heute ist irgendwie Leute, das hat niemand gehört, oder? Insel, also Warte mal Jetzt brauche ich bloß noch ihre Nummer wieder Und dann sage ich ihr Bescheid, was du alles so raushaust Ich glaube, dir wird sich freuen darüber Herr Impact, du bist noch 42, ne? Und? Ist das toll, so alt sich rein? Toll Na, man weiß sehr viel Das kann ich dir schon mal sagen, ja Ich sag mal, wenn du Anfang 40 bist Ey, das war meine Ruhe Dann beschäftigt sich man doch mehr mit sehr vielen Sachen Die man vorher eigentlich nicht wusste, kannte Impact, bitte steig bei mir ein Meines ist viel schöner Ja Ja Ja, kann ich dir geben Da krieg ich auch MP-Money Du kriegst gleich was anderes Was denn? Oh, das hört sich falsch an Das hört sich extrem falsch an, sorry Das stimmt Gummibärsack Warum alle so saß? Ich hab Äh, was macht ihr da hinten in der Ecke? Komm mal her Komm mal ein Stück näher Warte, warte, ich komm Okay, dann nimm ich mal mein Gummibärensaft mit Und dann sehen wir uns aller spätestens morgen Na klar Mach dir noch einen schönen Abend Ja Und träg nicht so viel Gummibärensaft Der liegt schwer im Magen, ne? Ja War auf jeden Fall auch wieder für mein Highlight-Video Die, die Hab einen Komm hin, komm, komm, komm Pushen, komm Er ist correct Mann, ist das eine Hotze, wenn man keine Pumpgun hat Sag ich, so wie es ist Ähm Und so schnell ist der Rinder Da ist er GG's, E-O-G's Ähm Wie läuft die Suche Nach dem Metall-Tyrannen So wie du prophezeit hast So schlecht Ich hab doch nur für die Dramatik ein wenig übertrieben Du bist zurück? Hast du was Neues? Vielleicht, äh, einen Weg, um Doom zu schlagen? Ich sah was Neues Einen Katzenfreund Die Geschichte läuft gerade Einen gewieften Plan Einen Sieg getarnt als Niederlage Mehr weißt du nicht? Bitte, ich muss das richtig machen Wir haben das doch schon besprochen Mein Kind Du besitzt bereits alles nötige Gut Falls mich jemand sucht Ich bin in der Einsatzzentrale und gehe alle Infos durch Du killst echt jede Stimmung Ach, tue ich das? Ich kann dir auch deine Zukunft vorhersagen Hey, du bist im Prinzip ein Schluck Wasser Ich kann und werde dich trinken Lass mal schnell nach Down 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 Komm her! Komm her! Komm her! Na komm! Jawoll! Ich glaube das war der vierte, fünfte, sechste Sieg heute. Sollte auch mehr als reichen eigentlich. Ich bin wirklich durch nach über drei Stunden. Es reicht mir wieder. Seit 19 Uhr bin ich online. Morgen ist es wie gewohnt weiter mit dem Minecraft Shop. Da könnt ihr mich gerne kostenlos unterstützen mit Impact 82. Ansonsten eigenen abonnieren nicht vergessen. Das war's wirklich. Ich bin durch. Danke fürs Zusehen. Auf ein Wiedersehen. Tschau von au! Schöpür 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 Vielen Dank.